Große Ereignisse beginnen oft mit einer Kleinigkeit. Stellt euch einen ruhigen Teich vor. Das Wasser wie eine Glasscheibe. Bis ich einen Stein werfe. Solch ein kleines Ding. Doch bald schon kräuselt sich die gesamte Oberfläche. Auch die Jinyu haben klein begonnen. Sie waren einst primitive Kreaturen, aber hatten das Glück, nahe der verzauberten Teiche im Tal zu leben. Die Magie der Teiche erweiterte ihren Verstand und ließ ihre Körper wachsen, bis sie zu einer der großen alten Kulturen Pandarias wurden. Die Weisesten der Jinyu sind wahrlich sehr weise. Sie können mit den Flüssen sprechen, wie ihr und ich unsere Ältesten um Rat fragen. In den flüsternden Wassern können sie die Zukunft hören. Die Jinyu und ihre Wassersprecher befinden sich im Herzen der größten Ereignisse in Pandarias Geschichte. Ihre Visionen brachten Königreiche hervor, befreiten Sklaven und warnten unseren letzten Kaiser vor der Zerschlagung, die Azeroth vor zehntausend Jahren zerrüttete. Denkt darüber nach. Selbst die leiseste Stimme kann die Welt verändern. Vergesst dies nicht, wenn ihr das nächste Mal Steine werfen wollt. Die Welt